Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Ich habe neulich ein Video gesehen, in dem es um Abnehm-Trends ging. Und dabei speziell um Gehen als Abnehm-Hilfe. Klingt jetzt langweilig, oder? Ja, klingt langweilig. Ist es aber nicht. Im Gegenteil. Gehen wird total unterschätzt. Gemeint sind die Schritte. Die dürfen natürlich auch gelaufen sein. Oder gesprungen, wenn du magst. Worum geht es? Es geht um die beste Version von dir. Die Version, die du magst und die du gern für dich erhalten möchtest. Oder die, die du als nächstes gern erschaffen möchtest, weil da noch was geht bei dir. Mir egal. Schritte sind Teil der Lösung. Und zwar immer. Oder anders gesagt, ohne Schritte wird es unnötig schwer. Egal was du vorhast, dein Gewicht managen, sprich abnehmen, knackiger aussehen, entspannter und gelassener werden, ganz allgemein fitter werden, gesund bleiben oder gesünder werden. Die Schritte, die du jeden Tag gehst, läufst oder springst, die helfen dir dabei. Und wo ist das Problem? Das Problem besteht darin, dass der ein oder andere von uns in Zeiten von Schreibtischarbeit, Computerarbeit und Homeoffice gerade mal auf 4000 oder 5000 Schritte am Tag kommt. Und das ist zu wenig. Zumindest zu wenig für die beste Version von dir. Es gibt da einen grundlegenden biologischen Prozess, der deine Rolle spielt. Noch lange bevor wir über Kalorien reden, über Hunger oder über deine Haltung, über deinen Gemütszustand. Dazu kommen wir gleich noch. Vorweg erstmal dieser biologische Prozess. Bei jedem Schritt, aufrecht auf zwei Beinen, entsteht ein mechanischer Impuls. Vom Sprunggelenk, über den Unterschenkel, über das Knie, den Oberschenkel, die Hüfte, die Wirbelsäule, bis hinauf in den Schädel. Und dieser mechanische Impuls löst die Produktion eines Hormons aus. HGH. Human Growth Hormon heißt das. HGH ist ein körpereigenes Hormon, das anabol wirkt. Ein Wachstumshormon, das unter anderem das Muskelwachstum anregt. Aber auch die Fettverbrennung stimuliert und das Bindegewebe strafft. Natürliches HGH ist ein wahrer Jungbrunnen. Und die richtige Dosis davon produziert dein Körper selbst, wenn du genügend Schritte gehst. 10.000 Schritte am Tag. Es dürfen aber auch 15.000 sein. Ohne die Schritte hast du nicht genug davon. 4.000 oder 5.000 Schritte am Tag bedeutet, dass du jeden Tag zu wenig vom Anti-Aging-Hormon abbekommst. Und das wäre doch schade, oder? Also, jung bleiben hat schon mal was mit den Schritten zu tun. Mit der Bewegung im Alltag. Aber das ist längst noch nicht alles. Machen wir mal mit den Kalorien weiter. Wenn du flott gehst, dann verbrennst du ca. 300 Kilokalorien in der Stunde. Ganz grob. Und dabei legst du irgendwas zwischen 5,5 und 6 Kilometer zurück in der Stunde. Und dabei machst du vielleicht 7.000 bis 8.000 Schritte. Stell dir vor, bei deinem Bürojob oder im Homeoffice bekommst du am Tag gerade mal 4.000 Schritte zusammen. Wenn du eine Stunde Gehen hinzufügst, dann kommst du auf 11.000 bis 12.000 Schritte. Und du verbrennst 300 Kilokalorien zusätzlich am Tag. Und das klingt erstmal nicht viel. Das ist aber eine halbe Hauptmahlzeit, die du damit verbrennst. Jeden Tag. Rechnen wir mal nach. 9 Kilokalorien entsprechen 1 Gramm Fett. 300 Kilokalorien am Tag, das sind 33 Gramm Fett am Tag. 233 Gramm Fett in der Woche. Ein Monat hat im Durchschnitt 30,4 Tage. Peng. 1 Kilo Fett pro Monat weg. Nur durch eine Stunde Spazierengehen pro Tag. Das sind 12 Kilo im Jahr. Stell dir mal vor, heute in einem Jahr, im Juni 2023, wiegst du 12 Kilo weniger. Natürlich nur für die, die das wollen. Möglicherweise ist es aber sogar noch mehr. Weil ja Menschen, die sich im Alltag mehr bewegen, zum Beispiel durch mehr Schritte, weniger Hunger haben. Man hat das an Menschen untersucht, die abnehmen wollten. Eine Versuchsgruppe nur durch weniger Essen. Eine andere Gruppe durch weniger Essen plus mehr Bewegung. Wer hatte weniger Hunger? Die Gruppe, die weniger gegessen hat und sich dabei mehr bewegt hat, hatte weniger Hunger. Nicht andersrum. Mehr Bewegung im Alter, und ich rede nicht von Krafttraining, sondern von moderater Bewegung wie Gehen, führt also nicht zu mehr Hunger, sondern zu weniger Hunger. Es wird weniger vom Hungerhormon Grelin ausgeschüttet. Schritte regulieren dein Hungergefühl und machen es dir damit leichter, dein Gewicht zu managen. Also abzunehmen bzw. Körperfett zu verlieren. Vielleicht kommen ja damit zu den 12 Kilo pro Jahr durch die zusätzliche Stunde gehen, noch ein paar Kilogramm hinzu, weil du weniger Hunger hast und weniger isst. Als wenn das nicht schon genug Gründe wären, dafür zu sorgen, dass du deine 10.000 Schritte am Tag gehst. Oder sogar 15.000. Es sprechen noch ein paar Gründe mehr dafür. Gehen ist nämlich so wunderbar niederschwellig. Also einfach. Schuhe an, die passende Jacke aus dem Schrank, Tür auf und los. 30 Minuten in eine Richtung, umdrehen und zurück. Fertig. Gehen kannst du buchstäblich überall und jederzeit. Das ganze Jahr und auf der ganzen Welt. Es kostet nichts und ist so effektiv. Ich mache das übrigens immer, wenn ich auf einer Geschäftsreise in einer fremden Stadt bin. Schuhe an und raus. Erstmal die Umgebung erkunden. Meist habe ich vorher lange im Auto gesessen oder in der Bahn, im Flieger, im Taxi oder im Bus. Koffer aufs Zimmer und raus. Eine Stunde oder anderthalb. Das ist nach stundenlangem Sitzen übrigens super wichtig, um mal aus der Sitzhaltung rauszukommen. Die Hüfte zu strecken. Wieder eine gerade, natürliche Haltung zu kriegen. Also, liebe Büroarbeiter. Die Stunde Gehen ist extrem gut für den Rücken und den Nacken. Für die aufrechte Haltung. Das macht dich mal wieder gerade, falls du zu viel sitzt. Und wer tut das nicht? Ich habe mir mal die letzten Wochen bei mir angesehen in meiner App. Ich komme auf durchschnittlich 13.000 bis 14.000 Schritte am Tag. Und weißt du, warum mir das überhaupt nicht schwerfällt? Ich muss jeden Tag raus und gehen oder auch laufen, weil ich den Kopf dabei frei kriege. Weil sich mein Gehirn dabei beruhigt. Ich habe so meine Runden hier in Ludwigsburg. In den ersten Minuten bin ich noch mit dem Wetter oder dem Verkehr beschäftigt. Oder mit dem, was zu Hause gerade los war. Und nach ein paar Minuten geht das Affengeschnatter denn in klares Denken über. Dann habe ich Ideen. Mache Pläne, treffe Entscheidungen. Oder ich genieße. Die Sonne, den Wind oder das Leben. Jeden Tag. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist. Und dabei verbrenne ich ein paar hundert Kalorien. Und produziere Anti-Aging-Hormone. Sag mir nicht, dass du dafür keine Zeit hast. Wir haben alle gleich viel Zeit. 24 Stunden an jedem einzelnen Tag. Wir haben nur unterschiedliche Prioritäten. Ich wette, an den meisten deiner Tage gibt es Dinge, die du eintauschen oder anders regeln könntest. Pack doch mal etwas weiter weg und geh ein Stück. Oder steig eine Haltestelle früher aus oder später ein. Oder überleg dir, was du alles im Gehen oder im Stehen tun könntest. Telefonate. Kannst du im Gehen oder im Stehen führen. Meetings zu zweit oder zu dritt. Geht auch im Stehen. Und im Zweifel geht es dann auch schneller. Also, wo ein Wille ist, da ist auch eine Lösung. Geh deine Schritte. Und wenn es in der Woche halt nur für 8.000 Schritte reicht, dann hol den Rest am Wochenende nach. Und falls du ohnehin locker 10, 12, 15, 18.000 Schritte gehst, weil dein Job oder dein Leben halt auf den Beinen stattfindet, dann sei froh, dass du hier schon mal top versorgt bist und mach einen Haken dran. Alle anderen, let's go. Bis die Tage, dein Ralf Bohlmann. Geh dein Ralf Bohlmann. Bis zum nächsten Mal.